So Stein Goliath, äh Stein Goliath, der ist doch gerade mal Level 30. Ne, das ist ja nicht meiner, meiner hat sich irgendwie, ist weg, ich bin vorhin weggerannt. Ja, 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 ja. Ich schwöre, je, ich war mal der. Ja, 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 ja. Vor allen Dingen hat der halt wirklich mit jedem Gegner, den er gekilltet hat, ist der ein Level höher gekommen, was gar nicht so gut ist. Äh, keine Ahnung. Wäre schön gewesen, das zu sehen, haben wir nicht. Er sieht halt aus wie ein normaler Golem, bloß halt, dass er fünf statt einer Null hat. Oh shit. Du bist, hinter dir ist ein Sklaid. Sklaid. Und hier sind noch mehr Steingohle. Noch ein Steingohle, was ist das? Aua. Ich hab hier noch einen, noch einen Golem, den man, äh, ruht mal. Aua. Puh, Alter, was hält mich denn hier gerade? Ach, ich war gerade, paranoisiert oder so. Ich wollte es gerade sagen, wenn ich so, wenn ich so einen Steingohle kriege, dann werden die ganz merkwürdig, wenn die mich treffen. Scheiße, der Golem kommt nicht, der, der kommt hier nicht her. Oh, Rotz. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Platz hier hinten. Kannst du geradeaus, dass die Granate automatisch ausgerüstet wird oder was? Das finde ich auch nicht. Yo. Metal-Alexa oder auch Metal-Alexa oder wie auch immer, vielleicht auch Met-Alexa, sagt sie es aktuell auf einem, äh, Tell-You-What-Now-Trip. Ja, sehr geil. Was sehr schön ist, denn Tell-You-What-Now ist, äh, eine unfassbar coole Bande. Ich glaube, ich hab sogar eine Idee, wer das sein könnte. Bande. Gehört zu den zwei Bands auf dieser, nein, drei Bands auf dieser Welt, die ich mir anhöre. Obwohl, äh, sehr, 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 sehr gute Freunde von mir da drin sind. Ich hab, normalerweise tue ich mich nämlich schwer, Bands von guten Freunden oder von Freunden zu hören, weil ich das dann immer so nicht ganz so deutlich ausmählen kann. Wie viele Freunde haben, wie viele Bands sind. Da ich, äh, einen pädagogischen Studiengang studiere, ist das quasi jeder Dritter, den ich kenne, der in irgendeiner Band spielt. Aber Future, Tell-You-What-Now, Mondo Cain sind schon eher Bands von Leuten, die ich tatsächlich persönlich kenne und mir dann auch echt aufmerken. Ach ja, Mondo Cain. Ja, haben vor allen Dingen ein neues Album. Ja, ich gebe die Anarchie! Nö, wir töten aber Steinguhlams. Cool, das könnte ich den ganzen Tag machen. Wenn ich noch Munition hätte, heißt das. Huch. Boah, Alter! Ja, gut, ich renne da mal zurück um Warpools mal, weil dann können wir jetzt, glaube ich, auch endlich in den Fall. Ja, das wäre super cool. Ich hätte voll Bock auf den Wald. Die Steinguhlams erinnern mich unfassbar sehr an, äh, hier, wie heißt das von Molyneux? Äh, Table? Ja, genau. Peter Molyneux? Mit dem Dreck schmeißen und so. Das ist echt sehr ähnlich. Also, The Lost Chapter ist auch immer noch eins meiner Lieblings-RPGs, also. Welches, welches ist denn das? Der erste. Das erste Fable? Hm. Ja, ich glaube, das zweite war mein Liebling. Ja, das zweite, das zweite hab ich... Naja, das zweite hab ich ja gar nicht gespielt, weil, äh, Xbox exklusiv. Ah, okay. Ne, ich glaube, der zweite, also der erste war halt super, aber ich glaube, der zweite Teil war tatsächlich mein Lieblingsteil von der Fable-Reihe. Aber ich glaube, inzwischen gibt's die auch für PC, aber ich hab sie dann irgendwie Jahre später erst. Ah, zurücklehnen und abwarten bis der Countdown. Yeah! Flamerock Refugee. No, Refuge, Alter. Flamerock Refugee. Ein Refugee war ein Schiedsrichter, ne? Ne, ein Refugee ist ein Flüchtling und ein Flüchtling ist... Ein Flüchtling. What? Referee ist Schiedsrichter. Ja, stimmt, ein Referee war ein Schiedsrichter. Refuge ist ein Flügel machen, ja? Refugees flüchtlingen, also Referee ist Schiedsrichter. Als erstes! Tor, was willst du überhaupt im Spiel? Wir wissen doch alle, dass Geek-Zeugs dich nicht interessiert, Pascal-Bubi. Was? Ich darf Geek-Zeugs nicht mögen! Und weil ich noch mein Körper achte! Es käme in ihr! Könnten wir diesen Poser bitte loswerden? Mädels, Mädels, ich hab eine Idee. Abenteurer, finde die drei verborgenen Fragen wahrer Geekigkeit. Torque, wählst du die Antwort auf meine Geek-Fragen-Dreihe? Dann bist du auch bei dem Spiel dabei. Schießt die Kürbisse kaputt! Warum, weiß ich nicht! Smashing Pumpkins! Wie soll man denn jetzt da rüberkommen eigentlich? Die ist da drüben! Wie soll man doch... Wieso ist die da drüben? Die ist halt da, wo das Ding war. Ah, Hilfe! Was ist das denn? Ich hab's gerade gesehen, wie das Teil hier entstanden ist. Ah, ich love Kiss! Und das Schild ist abgefogelt. Ist auch so ein Wundschützen. Typischer Shooter, sie stand direkt neben Fässern. Was, typischer Shooter? Wie kannst du denn? Sie sind die Werte, sie wissen es nicht besser. Ja, sie wissen ja nicht, was sie tun. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Oder hängst die Frage. Du hast die erste giechige Frage gefunden. Ah, wieder zurück, Frodo. Welche Formfarbe zeigte in der Echo Show Space Journey in Space an, dass ein Besatzungsmitglied wahrscheinlich von einem Thrag gefressen würde? Hör, was ist Angst? Korrekt. Was zur nächsten Frage? Hey, what the fuck? Hey, Star Trek-Einstimmung. Weil du ein Muskelprotz bist. Wir müssen sicherstellen, dass du nicht bloß tust wie ein Geek, weil das gerade angesagt ist. Hahaha. Wie gut. Oh man, wie das feiert. Ich mach auf dem Boot bleiben, oder? Nee, da hinten ist das nächste Vier-Eck. Robin fährt noch eine Runde. Ich wollte auch mal weiterfahren. Hahaha. Ich will doch. Ich will doch nur mit dem Bot fahreien. Mit dem Bot auf dem Boot. Das ist romantisch. Eine Botfahrt, die ist lustig. Eine Botfahrt, die ist schön. Ich hätte gerne einen Romantisch für zwei Personen. Haha. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie gleich noch einen Badum-Tisch dazu. Genau. Zu Ihrem Romantisch für zwei Personen können Sie einen Badum-Tisch kostenlos enthalten. Schnappt ihn euch! Was, schnappt ihn euch, weil er entkommt? Äh, man kann ihn wieder nicht abknallen. Wir müssen ihn verprügeln, bis er explodiert. Oh nein. Na, Kampf den Schriftgräumen, die. Na, der gern. Ich glaube, einer, einer von euch. Was, ich hab ihn doch gerade beschlagen. Äh, lol. Alter. Wo ist er denn? Ist das scheiße? Ich gehe auch links lang. Wir sollten uns eventuell mal aufteilen. Ich gehe jetzt mal nach links und hoffe einfach, dass er mich gleich nach rechts abhaut. Boah, ist das behindert. Da bin gleich. Entschuldigung, das ist... Auch nicht. Ja, Foto, Foto. Superfoto. Ja, Lex, sorry. Ja, 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 ja. Krieg ihn, hau ihn, töte ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich kann's nicht nehmen. Was soll man denn machen? Schnellen. In der Echo-Buchreihe King of Jewelry musste der rechtmäßige König etwas neu schmieden lassen, und zwar sein... Schwert. Korrekt. Weiter zur letzten Frage. Das war eine Antizipationsfrage. Darauf hätte man auch so kommen können. Oh Mann, ihr behebt euch jetzt so recht aus. Und, welches Buch war's? Was? Hör mal, als ich klein war, hat das Buch wurde hier im Original... Ja, und aus welchem... Was ist das für Anspielung? Das ist kein Plan. Och. Wollen sie heute cool? Schwert schmieden? Heiliges Gagschweiße. Zu viel Wut unterbrücken müssen was? Ihr habt grad nicht gehört, dass sie wegen ihren Tattoos und wegen Bankers und Bad Addis ein Nerd ist. Oder ein Geek. Aber nee, das ist eine Anspielung auf Herr der Ringe. Der rechtmäßige König Aragorn muss ein Schwertschmiedsprecher spielen. Oh, das meinst du? Ich hab überhaupt gar nicht... Robin, Alter, was geht denn mit dir kaputt? Hier ist ein Rädchen, an dem man drehen muss. Ich wollte... Da ist ein Rädchen. Da ist schon wieder irgendwo runtergesprungen. Folge... Folge Blindchen Anleitung. Okay, letzte Frage. In der 23. Folge der 15. Saison der Bluebox Adventures, wie heißt der Name des Schiffes, das die Bluebox entführt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, so ein Pech-Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Gig. Oh, die Königin. Alles, was mich interessiert, sind Science-Fiction und Practice-Ey und Einhörner und Möpse. Machst du das letzte? Möpse. Der Typ ist quasi wir. Oh, wow. Jetzt komm ich mir vor wie ein Schwein. Ich mir auch. Talk, es tut mir leid. Klar kannst du mitspielen. Du kannst in der Stadt Nebenquests geben oder so. Oh, ja! Jetzt steht ja hier am Prallern. Ja. Level 52, ich bin ein Plätschens. M-M-O-R-P-G-F-P-S. Kriegt ein Plätschensgewerb mit. M-M-O-R. Okay, kann man... Geil. Woher finden wir denn jetzt, wo, in welchem Ort die sind? Das ist halt so echt behindert gemacht, ne? Geh in den Wald. Also Crumps. Ja, schweres Versagen ist im Wald. Eine glänzende Ellie ist im Wald. Emma, wo... Ja, keine Ahnung. Guck mal, wenn... Ist ja egal, lass uns erst mal in den Wald gehen. Mach mal. Ja, es ist alles im Wald. Ich will endlich den Wald sehen, yo! Lass mich in den Wald gehen, Frodo! Ja, ja, ja! I'm a real Rhymermonster. Schleim mich oder ich frest dich. Ja, ja. Warum schälen denn hier die Gegners? Schleim mich oder ich frest dich? Boop! Ich initiierte eine Rhyso. Rhyso. Schleim mich durch die Gegend. Vor Freude. Das Wald. Der Fuchs. Das Lamm. Das Lamm. Ururz! Ururz! Sehr schön. Hier bitte den Wald der Stille! Super. Wald der Stille. Check. Oh, guck mal. Ah, Munition kaufen. Für Patronen, Patronen für Münzen. Damit richtet ihr eine schöne Sauerei an. Auf das ihr ordentlich Fahne aufmischt. Go! Wenn Waffen... Ich liebe, wenn Waffenzauberei sind, dann ist das hier der Mana-Trank. So, go, Jota, go! Oh, Brandius! Warte, warte, warte! Ich weiß! Die Königin! The Forest of Being Eaten Alive by Trees heißt der jetzt übrigens. Ich wusste, ich hätte keinen Bäumen trauen sollen. Geil. Ich glaube, da funktioniert Feuer bestimmt ganz gut. Könnte sein. Ich erinnere mal kurz die Mission, dass wir hier nebenbei noch. Oh, was ne Scheiße, Alter! Die sind ganz unten, die Mission. Oh, wie süß. Er ist ein Stimpfchen, wie guckbar. Ja. Feuer geht übrigens gut. Feuer geht richtig gut ab. So, kurz mit der Feuer. Oh, was will ich denn weg ins Blut? Ein Stimpfchen! Hab keine Feuerwaffe. Warte, komm mal her. Was ist das denn hier? Warte mal, da sind noch Stimpfchen. Wo bist denn? Da. Ich schmeiß mal kurz was hier hin für dich. Robin, nimm dies. Yeah, yeah. Nice. Ach du Scheiße, hier gibt's Peen. Die ist aus den Leichen meiner Feinde gewachsen. Ist das nicht Arschgeil? Pansom Hexer, geilo! Oh, wie cool. Ey, hier ist, guck mal, hier ist ne Ferie und die sieht aus wie, äh... Wie, wie... Angel? Ja. Ich kann's leider nicht sehen, wie sie einfach nicht stillhält, die blöde Kuh. Ja. Aua. Jetzt kann man sie doch erst angreifen, oder was? Yeah. Oh, sie droppt ihr Video. Geil. Und irgendwas Blaues. Ein Klassensatz. Ja, ein ganz, ganz weicher Klassensatz. Achtung, Foto. Stimpfchen. Was? Ein Stimpfchen. Warte mal, ich muss mal kurz hier, mich kurz, äh, skillen mal hier so. Ja, ist nicht klar. Kurz mal bis skillen, hab ich nicht. Oh, da ist der zweite Hinweis der Königin. Hinweis der Königin. Ja, aber nach rechts. Hier ist noch was. Zwei von vier. Hinter dem Hinweis hinterher, würd ich mal sagen. Oh, jetzt hat's geswitcht auf, äh, finde Rüstung. Ja, macht das im Gegensatz. Ja, weil ich die ausgewählt hab. Best im Gegensatz. Weil ich die, weil ich die Lebenquests natürlich machen will. Ja. Wir gehen auf Erkundungstour. Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Ich hab die Kämpfe nur für den Hauptpfad des Spiels ausbalanciert und... Ach, du Scheiße. Ultra, mega, badass, Triant, Level 51. Level 51. Ah, mein Fehler, mein Fehler. Ich kann, lass mich das regeln. Alter, krass, die gehen alle überhaupt nicht. Ah, okay. Was, was, was? Boom, Kampf ausbalanciert. Geil. Ach, jetzt, ey. Herrlich, ey. Was, oh Hölle, Alter. Feier ich ohne Ende. Wir haben die Milizen ihre Rüstungen geschmiedet, bevor der Hexer sie alle in Skelette verwandelt hat. Die sollten was in meiner Größe da haben. Nicht einfach ein geiles DLC, Mann. Good story. Wenn ihr, ah, Hilfe, 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 was ist denn hier los? Was ist das denn jetzt? Sieht aus, als hätte jemand die Rüstung da oben in den Baum versteckt. Ihr solltet ihm vielleicht einen Klaps verpassen, damit er sie fallen lässt. Okay, das wird super. Wollt ihr mal kurz hier, oh, guck mal, wirf eine, zwei Würfel, kostet fünf Eribium. Ist jetzt irgendwas passiert? Ich hab jetzt gerade Angeklopft gebraucht. Ich würfel mal mit einem Würfel hier auf der Kiste, ne? Mach mal. Ich würfel mal mit einem Würfel, okay, wie geil ist das denn? Drei. Oh, sehr schlecht. Boah. Quacke. Nur weiße Waffung. Hast du angetaubt den Baum? Ja, hab ich gemacht, aber es ist nichts passiert. Oh Gott, nein, ah. Da ist sie, die Rüstung. Ich seh sie. Ich hab den Behaupt. Ich hab mich mal angeschaut. Das Fetzelding bedeckt ja nicht meine halbe Titte. Außerdem zielen böse Buben ja nicht bloß auf eine gekannten Prinzessin. Soll ich mir was mit ein bisschen mehr dran. Geil. Nicht mal eine halbe Titte. Das bedeckt ja, oh, hier, hier ist die Titte. Für eine weniger scheußliche Sex. Und 100 Pro Pettis. Oh, so typisches RPD-BG-Sich. Ist ja sehr schön. Ich will den Busenwunderblech-Bikini. Ich will den Busenwunderblech-Bikini. Metallbikini, ja? Okay. Okay. Jetzt schauen wir so. Habt ihr den genommen? Ja. Ihr wisst schon, dass ihr dann auch wirklich so drauf da rumsteht. Super. Nice. Das war das Ziel. So, warte mal. Jetzt können wir noch, wenn wir schon mal hier sind, können wir noch Crumpets einsam nehmen. Wir sind so gearscht. Alter, wo ist denn diese Scheiß-Mission? So. Ihr Post-Crump-Ochalyptisch. Oh, einer, siehst du, einer ist sogar hier. Und da, bei einem Brunnen, ja. Ist natürlich äußerst, ähm, ne? Sehr, 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 konfizient. Oh, what the fuck, ist das im Boden, Leute? Was? Ja, dann hol's doch raus. Spring doch mal runter, wohnt. Nee, ich glaube, ich muss das hier hochziehen, da. Quatsch, du musst da reinspringen. Nee, 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 es geht nicht, ich muss das hochziehen. Nee, spring mal rein, glaub mir. Ich muss das hochziehen, glaub mir. Aber du gehst! Boah, Alter! What the fuck? So, das wird dieser Du... Arschkrampeln. Uuuuh, überhaupt gar nicht so coole Waffen dabei, ne? Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hab da schon wieder irgendeine Scheiß-Granate ausgerüstet aus Versehen. Ach! Werden wir hier? Ja. Ah, Hilfe, Spiele, Spiele! Hilfe! Oh, fuck. Oh, die Windstimmung. Autsch! Oh nein, I have dead! Wo bist du? Ah, die Lebser wieder. Ah, die Lebser wieder. Gehen wir mal nach links? Nach links, ja. Jetzt da rein. Berserker, ich schieße alles kaputt. Oder auch nicht. Jedenfalls schieße ich. Oh ja, da soll man eventuell in. Geil. Vor allen Dingen vergiftet die halt, ne? Sah zumindest so aus. Ich würde dem Typen, äh, dem Typen würde ich noch nicht folgen. Ich würde hier erstmal nach rechts gehen und den letzten Körper holen, ne? Korrekt. Das läuft nach oben rum. Alter, was? Orkserker. Oh, geil. Orkse. Dreckige Orkse. Dreckige Orkse. Orkkrieger. Seid ihr bereit? Na, ich habe gerade nochmal für Munition gesorgt. Also, ich habe gerade mal für Munition gesorgt. Und ich habe gerade mal für Munition gesorgt. Und ich habe mal für Munition gesorgt. Vielen Dank.